Quality Lands berühmtester Maschinentherapeut wird entführt. Was dann passiert, ist unfassbar. Was wohl in dem Paket war, das Peter Arbeitsloser ganz am Ende des ersten Buchs bekommen hat? Was hat ihm die Drohne von The Shop, dem weltweit beliebtesten Versandhändler, geliefert? Nun, es war ein neuer rosafarbener Delfin-Vibrator. Offensichtlich ist Peters Profil noch immer falsch. Oder vielleicht hat sich auch nur der Chef von The Shop einen Scherz mit Peter erlaubt. Fußnote. Übrigens, keine Sorge, dieses Buch handelt nicht schon wieder davon, dass jemand versucht, einen rosafarbenen Delfin-Vibrator zurückzugeben. Obwohl. Irgendwie wäre das schon lustig. Aber nein. Oder doch. Nein, nein. Es wäre zu viel des Guten. Andererseits, nun mal sehen. Wie dem auch sei, Peter hat seinen Frieden mit dem Delfin gemacht. Fußnote. Nein, pfui, nicht wie Sie jetzt denken. Er hat ihn an die Wand gehängt, wie andere Leute ein Diplom. John of Us hat kurz vor seinem explosiven Abgang das Reparaturverbot aufgehoben und darum konnte Peter seinen vormaligen Gebrauchtwarenladen mit Schrottpresse in eine maschinentherapeutische Praxis umwandeln. Mit einer Couch für die Patienten und einem Sessel für sich. Auf der Couch liegt ein Hund namens Strolch. Er hechelt. Sabbat tropft von seiner Zunge aufs Polster. Peter findet es wirklich erstaunlich, wie perfekt es der Animals Corporation inzwischen gelingt, echte Tiere nachzubilden. Aber dass sie sogar den Mundgeruch von Hunden imitieren, scheint ihm übertrieben. Ob sie wohl bei Katzen auch nachahmen, dass diese gerne mal von Autos überfahren werden? Das wäre auf jeden Fall gut für die Verkaufszahlen. Selbstmordkatzen, kaufe drei und bekomme die vierte umsonst. Der Hund hechelt immer noch. Etwas angewidert verzieht Peter sein Gesicht. Wünschen Sie, dass ich die Lüftung anschalte? Fragt niemand. Ja, bitte. Strolch hebt seinen Kopf und bellt. Ich verstehe nicht ganz, erwidert Peter. Moment. Er lässt sich das Menü des Hundes auf seinem Quality-Pad anzeigen und schaltet in den Dr. Doolittle-Modus. Nochmal bitte. Strolch bellt wieder, was Peters Ohrwurm nun folgendermaßen übersetzt. Wenn Ihnen jahrelang niemand die Zähne geputzt hätte, würden Sie auch aus dem Maul stinken. Aha, sagt Peter. Er ahnt übrigens noch nicht, dass er gleich entführt werden wird. Fußnote. Spannung. Gedanken verloren blickt er auf Pink. Der Alte hat eine völlig unverständliche Zuneigung zu dem Quality-Pad entwickelt und ihm ein Gestell aus dürren Ärmchen und Beinchen gebaut. Jetzt steht das Tablet also auf dem Kaffeetisch und macht Kniebeugen. Ein seltsamer Anblick. Von der Tapete in ihrem Flur kriege ich Hunger, sagt der Hund. Mit Flur meint Strolch die jetzt nutzlose Schrottpresse zwischen Laden und Wohnfläche. Es wäre wahnsinnig aufwendig gewesen, sie auszubauen, aber Peter wollte seinen neuen Kunden auch keine Angst einjagen. Darum hat er seinen Maschinen den Auftrag gegeben, die Wände der Presse zu tapezieren. Nun wirkt sie wie ein Durchgangszimmer. Während des Tapezierens verfiel Romeo immer wieder in eine Subroutine seines Codes, die man wohl am treffendsten als Handwerker-Porno bezeichnen kann. Barfuß mit reckigen Jeans und nacktem Oberkörper versuchte der Sextroide, die Tapezierrolle möglichst erotisch zum Einsatz zu bringen. Was ihm wohl auch gelang, jedenfalls waren noch nie so viele Leute vor Peters Schaufenster stehen geblieben wie während der Renovierungsarbeiten. Auf der sehr günstigen, aber stilistisch fragwürdigen Tapete sieht man bunte Korallen und ebenso bunte Fische. Offensichtlich ein Foto aus längst vergangenen Tagen. Es gibt gleich Futter, sagt Peter, aber erst müssen wir reden, Strolch. Dein Besitzer sagte mir, dass sich Stöcke und Bälle kalt lassen. Er wirft, aber du bringst die Sachen nicht zurück. Ich sehe einfach nicht den Sinn dahinter, sagt der Hund. Mein Tipp, wenn er die Sachen behalten möchte, dann soll er sie nicht wegwerfen. Er meint auch, dass du dich gar nicht freust, wenn er nach Hause kommt. Kein aufgeregtes Bellen, kein Anspringen, kein Schwanzwedel, nichts. Er wedelt doch auch nicht mit dem Schwanz, wenn ich zur Tür reinkomme. Das hoffe ich, sagt Peter. Aber weißt du, es geht beim Werfen des Balls oder Stocks nicht um das Ding an sich. Es geht deinem Herrchen eigentlich nur um die Interaktion zwischen euch beiden. Dieser Mann ist nicht mein Herrchen, sagt der Hund. Er ist ein Fremder. Warum soll ich mit ihm in Interaktion treten? Dieser Fremde hat dich von deinem alten Herrchen gekauft. Er ist ein neues Herrchen. Nein. Wie nein? Inemels brennt allen seinen Tieren Loyalität zu einem bestimmten Menschen ein, sagt Pink. Was dazu führt, dass man die Tiere im Prinzip verschrotten muss, wenn Frauchen stirbt oder Herrchen keine Lust mehr auf den Wauwau hat. Wenn du mich fragst, ist das natürlich eine gewünschte Nebenwirkung. Such mal im Netz nach geplante Obsoleszenz. Du hast ein neues Herrchen, sagt Peter zu dem Hund. Dein altes Herrchen wollte dich nicht mehr haben, Strolch knurrt. Kein schlechtes Wort über mein Herrchen, übersetzt Peters Urwurm. Sonst werde ich ungemütlich. Er ist bestimmt nur im Urlaub. Und bald kommt er wieder. Bei den letzten Worten beginnt der Hund aufgeregt mit dem Schwanz zu wedeln. Peter seufzt. Im Prinzip kann man nur eins tun, denkt er und lässt sich wieder das Menü des Hundes anzeigen. Die Option, die er sucht, steht ganz unten. Einschläfern. Was für eine Verschwendung, sagt er und drückt auf Einschläfern. Der Hund winzelt. Ein Pop-up erscheint. Sind Sie sicher, dass Sie Ihren besten Freund einschläfern wollen? Wenn Sie jetzt auf OK drücken, erhalten Sie einen 30% Rabattgutschein für einen neuen besten Freund von Inemels. Lass mich mit ihm reden, sagt Pink. Was willst du ihm denn sagen, fragt Peter. Das lass mal meine Sorge sein. Du gehst jetzt schön Mittagspause machen. Na gut, sagt Peter und bricht das Einschläfern ab. Was soll schon passieren? Fußnote. Eine interessante Studie, bei der die persönlichen digitalen Assistenten von Menschen ausgewertet wurden, die eines plötzlichen Todes gestorben sind, kam zu dem Ergebnis, dass deren letzte Worte am häufigsten, was soll schon passieren, waren. Dicht gefolgt übrigens von Lass mich, ich kann das und Umschalten auf manuelle Steuerung. Peter steht auf und geht zur Tür. Dann dreht er sich nochmal um. Falls Kiki hier auftaucht? Sie hat sich seit Wochen nicht gemeldet, sagt Pink. Sie wird nicht ausgerechnet in deiner Mittagspause hier reinplatzen. Peter seufzt und nimmt seinen neuen Hut vom Haken. Es ist ein grauer Fedora Marke Bogart. Hüte, so hat Peter nämlich gelesen, helfen gegen die Überwachung von oben. Also jetzt spitz mal die Öhrchen, Strolch, hört der Pink noch sagen. Ist dir der Unterschied zwischen Macht und Herrschaft geläufig? Wenn wir Max Weber folgen, setzt Herrschaft Gehorsam voraus. Wodurch aber, so frage ich dich, hat dein Herrchen dein Gehorsam verdient? Und wenn du mir erlaubst, weiterzudenken, wodurch, bitteschön, hat auch nur irgendein Mensch unseren Gehorsam verdient? Vor der Praxis wartet eine Passagierdrohne auf Peter. Seltsam, denn er hat gar keine gerufen. Neben der Drohne stehen zwei schwarze Typen in weißen Anzügen. Beide sehen aus, als hätten sie irgendwo an ihrem Körper eine Waffe versteckt, würden diese aber gar nicht brauchen. Jedenfalls nicht, um mit Peter fertig zu werden. Einsteigen, sagt der Kleinere der beiden sehr großen Männer und schubst Peter in Richtung Drohne. Sonst was, fragt Peter trotzig. Der packt ihn der Größere der beiden sehr großen Männer, hebt ihn einfach hoch und setzt ihn in die Drohne. Die Typen springen in die Kabine, die Tür schließt sich und die Drohne hebt ab. Peter hat nicht mal Zeit gehabt, gegen die Scheibe zu hämmern und um Hilfe zu rufen. Und so viel Zeit sollte einem Entführungsopfer laut der Dritten Genfer Konvention doch mindestens zur Verfügung gestellt werden. Niemand, sagt er. Hilfe, Notruf. Es besteht keine Verbindung zum QualityNet, sagt niemand. Niemand ist nicht verfügbar. Das war die Hörprobe zu QualityLand 2.0 von Marc Oberkling. Gesprochen vom Autor selbst. Die Fans mussten lange warten. Endlich geht es wie gewohnt mit skurrilem Humor weiter. Teil 1 sollte man allerdings schon gehört haben. Die Helle Edition oder auch die Dunkle Edition. Fussnote. Eigentlich ist es egal. Eine Hörprobe zum ersten Teil habe ich euch hier verlinkt. Wir dürfen uns freuen auf eine dystopische Satire, die nahe an der Realität sein wird. Das Hörbuch hat eine Laufzeit von 9 Stunden und 46 Minuten. Es ist am 10. Oktober 2020 bei Hörbuch Hamburg Verlag erschienen. Fussnote. Wenn dir die Hörprobe gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben. Ich wünsche euch viel Spass mit dem Hörbuch. Bitte lasst auch ein Abo da. Hier rechts findet ihr eine weitere Hörprobe.